zunächst mal siehst du da ist schon wieder creeper in der gleichen stelle wo kommt die denn her ist das der creeper außen oder was geht dahin rechts in die höhle gut ok und nachdem liegen werden wir dann hier einsortieren und aussortieren was ist denn hier ist ein reinston verstärker ach das ist ein durcheinander also ich muss wirklich mal aufräumen her das hat meine mutter früher auch mal gesagt muss man aufräumen ja dann ist es dann doch nicht dazu gekommen dass man da richtig aufgeräumt hat so der kann auch noch weg dies brauchen wir vielleicht noch oben als batterwerk bank diesen knopf erregt mich auf da ist noch ein knopf da kommt damit dazu die sechs kohle blöcke vom fernseher und jetzt ein anderer knopf ist egal so was haben wir noch glas da haben wir noch 64 glas merke ich mir mal sieben schilder das ist immer gut wenn man die hat den eimer können wir noch brauchen wir können auch noch mehr einmal brauchen wo habe ich die einmal hin da so nehmen wir mal vier das ist schon wieder die halbe folge um so dann werden wir mal ja du kommst später dran du haus ich muss jetzt erstmal hier was machen ich habe nämlich dann noch ein hinweis bekommen und zwar der oberle der überlauf aus diesem stausee den hätte ich doch auch nach der anderen seite machen können da sehe das besser aus also ich weiß nicht wie das bei euch ist mit überläufen aber wenn aber wenn etwas überläuft dann läuft es doch dahin über wo es tiefer gelegt ist na ich kann noch kein überlauf in richtung berge machen die höhle dort ist recht gefährlich da kommen immer irgendwelche monster aus die ganze gegend hier ist sehr gefährlich glaube ich so wie wollte ich noch zunächst mal siehste da ist schon wieder creeper an der gleichen stelle wo kommt die denn her ist das der creeperhausen oder was geht da hin rechts in die höhle gut ok so dann bauen wir hier auch nochmal das hier so weit so und dann wollen wir hier so ein posten hinsetzen so was damit das ein bisschen struktur noch reinkommt gucken wir mal wie sieht das aus ja das kann auch noch nicht wahr sein ich wollte gerade noch gucken wo die sind aber ich habe gedacht naja da ist wohl jetzt nichts ich hatte den doch gerade in die höhle gehen sehen aber das ist wirklich eine sehr sehr gefährliche gegend da das muss ich schon sagen 20 erfahrungspunkte weg level wollte ich sagen und wahrscheinlich ist wieder die hälfte kaputt gegangen da ja ja da sieht's es hat sogar das das mühenrad erwischt danke so was haben wir alles ist ja nur noch einiges reingefallen und hier angeschwemmt zum glück da ist ein wenig da schwebt noch glas in der gegend aus panzer so was haben wir die schuhe sind schon arg derangiert er hat aber ganz viel kaputt gemacht ehrlich gesagt so ein leeres inventar hatte ich dann doch nicht ja da liegt ja noch was drin da liegt noch einiges drin gut hier liegt auch noch was war das macht die sonne hei 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 so ist mein helm weg erstmal sortieren und dazu gehe ich mal lieber rein mit roh rein zum beispiel hier oben es ist jetzt schon der dritte oder der dritte der hier explodiert ist an dieser stelle das ist eine wirklich extrem gefährliche sache gefährliche ecke würde ich sagen ja ich hatte einiges weggelegt so einmal so einmal das sind jetzt mehr kriege hier explodieren wegpunkte kann ich den mal wieder ausschalten nein 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 bei mir selber macht das zuschauen ja auch mehr spaß wenn die leute hier da habe ich noch eine werkbank tue ich mal hier rein oder oben hin oder oben hin braucht man ja vielleicht mal hier zum beispiel jetzt um den weg wieder zu flicken so und dann gehen wir hier aber weg und kommen nie mehr wieder ja das geht ja wirklich nicht das mührrad ist auch kaputt gegangen beziehungsweise ein stückchen so er da habe ich ja noch wisst ihr was ich werde mal diese dieses ding hier zu bauen so edgy bitchy so edgy bitchy bleibt ihr halt da drinnen das kann ja wohl nicht wahr sein so was wollte ich als nächstes machen als nächstes wollte ich die anlage da oben auf dem neubeck machen wir haben 55 minuten aufgenommen fünf folgen und drei krieger vier sogar glaube ich wenn das nicht derselbe war der da sich versteckt hatte und dann explodiert ist ich weiß es nicht so 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 so